Les Experts en bouffée de chaleur sont là. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wobei ich als Seniorin muss sagen, ihr klaut eigentlich unseren Kindern und unseren Enkelkinden Zukunft. Alle kennen Klimajugend, aber wenige kennen uns. Dabei sind wir viele, wir sind die Fahrein, Klimaseignorinnen. Nous sommes l'Association des Aînés pour la protection du climat. Il nostro obiettivo è esattamente lo stesso delle giovani. Vogliamo che vengano finalmente adottate misure più efficace per la protezione del climat. Am 19. März, il 29. März, nous ferons face au gouvernement suisse. Devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg. Klimacrise ist schon jetzt, maintenant, jetzt, adesso. Es muss jetzt etwas gemacht werden. Maintenant, adesso. Vi guarda noi essere humani. In Voulifamager leiden schon heute stark und ganz konkret unter der Klimaerwärmung. Die häufigeren Hitzeextreme machen krank. Und führen zu einer erhöhten Sterblichkeit. Wir, älteren Frauen, sind am stärksten betroffen. La politica climatica de la Schweizera è irresponsabile. E viola diritti fundamentali e diritti humani. Die Schweizer Klimapolitik ist unverantwortlich. Und verletzt elementare Grund- und Menschenrechte. Sie macht zu wenig. Und darum haben wir 2020 unsere Klage eingereicht. Und der Europäische Gerichtshof hat ihre Priorität gegeben. A partir du 29 mars, elle sera même jugée publiquement devant la Grande Chambre. C'est énorme. C'est énorme. Zum ersten Mal überhaupt wird der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden, ob Staaten menschenrechtliche Verpflichtungen haben im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Für uns ist der Fall klar. Ja, oui, si, oui, ja, si, ja, clairement oui. Unser pays doit apporter sa contribution pour que l'augmentation globale des temperatures soit limité à 1,5 degré maximum. Solo se tutti paesiadotterarno misure basate sur le migliori conoscenze scientifiche. Apodrema m'offrena queisto fenomeno. Darum fordert mia for de Schweiz. Dass sie ihre Emissionen viel stärker absenken. Adesso. Maintenant. Und zwar etze. Maintenant. Jetzt. Adesso. Kommet mit auf unsere Reise. Rejoignez nous pour notre voyage à Strasbourg. Physiquement ou symboliquement. Partagez cette vidéo. Teilet das Video. Condividete questo Video. Wartet Klagerinnen oder Unterstützer, Unterstützerinnen. Zieme werden mir Geschichte schreiben. Insieme faremo la Storia. Ensemble, nous allons écrire l'Histoire. Oh, Diogecat. Adesso. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ...